Hallo YouTube, jetzt mal wieder was von Borderlands und das DLC Underdome machen wir jetzt mal, auch wenn das schon trivial erscheint. Die beiden sind wieder mit dabei. Trivial, scheißegal, los geht's. Auf geht's, abgeht drei Tage wach. Ach, da ist er wieder etwas lauter, der Ren. Ich wollte gerade sagen, beweise dich. Um längere Turniere absolvieren zu können, musst du dich erst beweisen, indem du in allen Kolosseen fünf Runden überstehst. Machen wir doch, Robel, die Cuts. Ich bin auf einer Bühne, möchte mir jemanden zujubeln. Ja, warte. Du brennst. Uff, da dreht sich was. Ich geh mal hier in das Kolosseum 2, okay? Da dreht sich ein Fall. Fangen wir bei 1 an. Dann fangen wir bei 2 an. Ich hab eins nicht gefunden, das ist das erste, was ich gesehen hab. So, heutige Folge wird gesponsert von Abos Schlüsselschlösser. Schlüsselschlösser. Oh, Video. Yeah. Wer ist euer Liebling? Fünf, vier, drei, zwei, eins und go. Baby, 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 du schlägst dich so gut, ich kann jetzt nichts aufhören. Wo geht's los? Wo geht's da unten? Da. Oh ja, die passen sich schon an. High Level 31 haben die. Mordecai weiß, was er will. Ich sehe die gar nicht. Ich weiß, was ich will. Ich bin tot. Hallöchen. Ja, ich glaube, das gibt ne Narbe. Wie seh ich die so schlecht? Sieht das an mir? Ich seh im Moment auch keiner, aber du kannst ja auf der Map gucken unten. Da. Starterwelle steht übrigens oben rechts, das heißt, es wird schwerer. Das ist vielleicht etwas Kacke. Haben die überhaupt nichts gedroppt, wie die Johnnies? Ne, ich glaube nicht, dass sie was kloppen hier. Was schießt der denn da? Wo schießt's? Boah. Bälle abgeschlossen. Nachschub eingetroffen. Hier hinten. Aber was ist das? Müssen wir das kaputt schießen, oder was? Hier ist mir, äh, was zu bedingen. Ich hab, ich check das gar nicht mit dem, mit der Munition. Die Gunwelle. Oh. Hi. Kritisch, Freunde. Yeah. Die Gunwelle. Hi. Oh, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Was für ein Blutbad. Da freut sie sich. Hahahaha. Vorsicht, linge Leichenteile. Hat die das bei dir gesagt? Ja. Oh, bei mir piept. Bei dir piept's wohl. Ah, der hat mir ein Schild runtergeschossen. Bist du grausam. Yeah. Wie funktioniert das mit dem Nachschub überhaupt? Übernehmen. Ah, ach so, ich konnte das grad nicht nehmen, weil ich, äh, volle Gesundheit schon hatte. Ist da noch sowas? Ich hatte nur Munition. Hordenwelle. Oh nein. Oh nein, das ist rettende Zombies. Die Gefahrten, meine ich, natürlich. Oh, oh. Wo, 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 wo? Ich hab' noch zwei Leben geküßt. Fuck. Ich hing fest. Richtig, richtig. Komm her, mein Freund. Ja, komm, gib's mir, dann kann ich mit dir neue Gesundheit. Kann meiner kommen hier von denen, genau. Komm mal her. Zack, 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 zack. Ja, schlag mich doch. Zack, da bin ich wieder. Neue Stärke, so muss das sein. Hahaha. Random testing, yeah. Oh, sack. Brain, let's play, yeah. Kommst du dir jetzt toll vor? Ja, wir kommen uns toll vor. Nachschub, nachschub, nachschub. Nachschub, ich brauch Munition. Gesundheit, 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 Gesundheit. Hauptsache, ich krieg' Combat Rifle Munition. Ne, das ist einfach alles. Das ist nicht Combat Rifle. Das ist ein Paket, ja. Ja. Ach, nee. Wow. Die Badass-Welle. Alter. Nein, du bist ein Kleider. Oh, oh, oh. Ich bin, äh, gleich tot. Ich werf ein paar Granaten für uns. Ich hoffe, das hilft was. Wir werden wiederbelebt. Ja. Ich wurde wiederbelebt. Und dem danke. Ups. Oh nein, wir loofen wieder. Ja, du schaffst es. Ich krieg' den, ich krieg' den. Ach fuck, wer hat den getötet? Oh, jetzt reicht dir. Schade. Ach, das war bei allerhöchster Eisenbahn. Wow, was ist mit einem los? Ich wiederbelebe ihn. Ah. Fuck ey. Ich bin dran. Der wirft so ne scheiß Waffe. Muss ein bisschen Abstand gewinnen. Ich drück' doch E. Wiederbelebe. Warte, ich glaub' ich krieg' die Läden. Oh, fuck, fuck, fuck. Zu spät, zu spät. Ähm, hallo? Hi, wo bist du? Der rekt hinter dir. Ist hier noch einer? Ich kann auf keinen zielen. Alter, was machen die für Schaden? Das gibt's doch gar nicht. Komm, einer hat mal, ich krieg' den da hinten noch. Ich krieg' den, ich krieg' den. Ich krieg' den, ich krieg' den, ich krieg' den. Jawoll. Der Pisserain. Einer lebt noch. Der war schon tot, bevor meine Schu- meine Schuße ankommen. Uwe, das war- Wir müssen hier aus der Mitte raus. Wir müssen aus der Mitte raus. Da muss aber ordentlich hier was trocken. Wir müssen da von, hier von, von außen dran. Oh, fuck, wieso komm' ich hier nicht hoch? Wo die ganzen Sachen liegen? Nein, scheiße, ist alles weg jetzt. Ist das weg jetzt, oder was? Ja, ja, das verschwindet. Scheiße. Achtung, Random, da kommen die genau da raus. Wir müssen hier aus tausend Metern Entfernung eine neue Frisur. Einen Applaus für Reaver. What the fuck? Reaver, so hieß der auch bei... Da hinten kommen die. Brennende Psychos. Wow, was ist das denn hier für schöne Musik? Shit. Ah, fuck. Bringt gar nichts hier. Achtung, von hinten. Bleibst du weg. Der brennende Psychopater hat gar nicht gebrannt. Da ist Reaver. Oh, da. Hallo, wechsel doch mal die Waffe, du Arschgeige. Das ist auch ein... Morkedei. Ich schieß dir in den Kopf, du Sau. Oh, wie hat dir das denn gemacht? Alter. Komm schon, stirb jetzt. Er will nicht sterben, er stirbt aber. Hilfe! Hilfe! Anke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. War's das? Bosswelle? Ist der wiederbelebt worden, oder was? Da ist noch einer. Aber ich weiß nicht. Was ist das? Da schießt. Ach, ein Räuber-Bandit. Ach, der ist ja süß. Kommen den Hormons. Da kommen die Hormons. Yeah, wir haben's geschafft. Dann sind wir noch ohne ein für fünf, ne? Ja, ich weiß. Ich glaube, wir müssen dann doch nochmal später hierhin kommen und können nochmal ein bisschen die Story weitermachen. Da liegt was. Nein, da liegt Zeug. Wie, ich denke, das ist Schluss jetzt hier. Aber ist nicht so anderlich. Runde um Runde geht ins Land. Wo soll das noch enden? Hör, wieso bin ich der Schlechtste? Nee, wir sind gleich. Nein, wir können... Oh, 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 fuck. Oh. Fuck, fuck, fuck. Ja, komm, hau rein und hör auf zu labern. Wo schießt's? Da. Wo ist der kleine Fisser? Wo sind die? Da hinten. Ja, das geht in der Sniper-Runde. Warum fährt man die nicht? Sniper für uns? Und wieder ein böser Junge, der schlafen geht. Wieder ein böser Runde, der schlafen geht. Nee, das war... Ich brauche Munition. Ja, nicht der Munition. Voll, nee, ich brauche eigentlich gar keine Munition. Jetzt kommt... Spastisch. Schön, dass sie ihn schnell nachladen. Ja, wunderbar. Und die bewegen sich auch noch schneller. Das ist für Sniper ganz toll. Halt die Fresse. Alter, die hauen so rein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich muss rumdrennen. Oh, auf. Fuck, ihr seid ziemlich weit weg von mir. Ich bin am Boden, dabei ist der tot. Ich weiß gar nicht, wohin ich zielen könnte. Danke. Ich muss erst Ray... Ach, nee, die lebt noch. Jetzt wieder. Fuck. Ich bin beim Wegrennen gestorben. Wo bist du? Ja, der Random ist am Start. Alter. Randy, wo ist Randy? Danke. Oh mein Gott, Leute. Wo sind die Gegner, verdammt? Ich sehe nichts, da unten. Gibt es noch welche? Boah, guck mal in meine Hose. Da habe ich eine Rakete. Fuck. Ich streff den nicht, Alter. Ich ziehe voll drauf. Wo seid ihr? Wo ist mein Raketenwerfer? Oh je, jeder einer weniger. Achso, du machst schon. Ich glaube, hier ist es ganz gut, wenn wir uns hier verstecken. Übel. Da, da kommt er, da kommt er. Weg mit dir. Gah. Braum, Munition. Ähm. Leben. Ihr droppt kein Leben. Was soll der Scheiß? Jeden ist das alles gedroppt. Ach, kacke. Ich habe kein Leben bekommen. Noch mal schneller. Ja, weil es so schön war. Wir müssen zusammenbleiben. Können wir uns jedenfalls hinstellen auf so ein hohes Ding? Hier ist es, glaube ich, ganz gut. Oh, fuck, ey. Wow. Alter, wie viele da kamen. Habt ihr? Nö, ich schaffte es nicht mehr. Warte, ich bin da. Oh, Krab, wo geht die hier? Ja, die sind alle auf mich drauf. Dann hält ihr jetzt auch nicht weiter, was? Hallo? Dann lebt ihr wieder. Oh, jo, ihr lebt. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Eben, leben, dach. Boah, Gesundheit. Komm, bitte nicht nochmals spa-spastisch. Jetzt ist es richtig schräg. Deine Schadensanfälligkeit steigt und deine Zielgenauigkeit sinkt. Super. Oh. 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 Ich mach ja gar keinen Schaden mit der Waffe. Hast du's random? Äh. Ja. Ich glaub schon. Ich. Fuck. Ich hab das. Ich hab's. Wir wen bin... Achso. Ach, guck mal. Die kämpfen gegeneinander. Und Nahkampf bringt's... Fuck. Bleib hier, du Arsch. Wow. Mit einem... Der hat so einen weiten Schlacht der Kollege. Yes. Baby. Komm, töte mich, töte mich. Ja, richtig so. Und dann töte ich dich wieder. Zack, die Bohnen. So geht's doch. Wo ist denn noch was? Alter, wie sollen wir das denn hinkriegen? Das nächste Mal. Da oben. Ja, genau. Oh nein. Wieso machen die das? Der war schon voll am Arsch. Wo ist er denn? Ich find ihn gar nicht mehr. Noch da. Achso. Na gut. Well app. Ja, Leben. Schnell. Ey, das ist ja mal... Krass. Oh, und dann diese Mega-Einblendung. Du siehst nichts mehr. Ja, ja, ja. Schon wieder nahe kommen. Noch mal nahe... Oh, nee. Wir müssen uns hier irgendwo verstecken. Random, komm mal hier hin. Boss. Oh. Wie sollen wir das denn schaffen? Komm von hinten. Ach, Nahkampf. Das bringt ja nichts, wenn ich meinen Sniper raushole. Wo sind die denn? Oh. Oh, ich mach gar keinen Schaden. Komm mal her, du Dickerchen. Komm mal her. Oh, 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 oh. Spring rum, spring rum. Das bringt viel. Nach hinten springen ist immer... Oh ja, wenn er nicht mal so einen Ugo-Angriff macht. Spiss dich mit deinem Drecks-Kack-Scheiß-Schwert. Ja, hier. Gib ich dir. Hm, Kopf rein. Ha, 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 ha. Da ist aber noch einer. Den machen wir auch. Der war doch einfach. Easy Popesi. Jetzt kommt Franz. Mit Schild. Schön, ich bin schon durch meine eigene Rakete gestorben. Granate, meine ich. Wo ist er? Der ist down. Hup, hup, hup. Enemy down. Leckt mich fett. Da ist was gedroppt. Wir nehmen erst mal alles mit, oder? Ja. Das ist großartig. Es wäre nochmal schön, wenn wir Gesundheit kriegen würden. Ja. Geht nicht so aus. Ich denke, es ist... Three, two, one, go. Ja, wie sollen wir denn noch weitermachen, ey? Das... Oh, wie aufregend. Noch eine Runde. Och. Ich muss mal eine andere Waffe haben. Ich unterstütze meiner Waffe nicht. Kann man das wechseln? Gegnerspaar mit besseren Waffen. Toll. Och, noch besser. Ich komme mal zu dir da hoch. Fuck. Wow, 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 wow. Fuck. Wie hat er mich jetzt da... Alter. Krass. Danke. Bessere Waffen, ey. Junge, labermachen. Hat sich denn den Scheiß einlassen? Ey, krass. Erbe. Ich schaffe ihn. Warte, 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 ich komme. Zu spät. Was? Fuck, wo bist du respawned? Der Strafbank. Ah, fuck. Das heißt, du kommst nicht zurück. Ich kann schießen, aber ich bin hier über euch. Fuck daneben. Ich kann zum Beispiel so durch heilen. Alter. Mich erschreckt. Wo bist du, wo bist du da? Wo ist der andere? Ah, der kommt. Wo ist der? Hier hinter. Boah. Bist du wieder da? Ja. Cool. Leck, Camille. Da hinten ist noch Gesundheit gedroppt. Hey, Rain, das brauche ich. Du hast doch viel mehr Gesundheit. Das ist noch 5 Stück, die Energie haben dann. Was? Ah, das ist gar nicht schlecht. Da kann man sich gut wiederbeleben. Und das jetzt auch noch mit der Horde, oder? Ah, nee, es kann. Boah, Alter. Ich treffe nicht. Nee, aus der Entfernung macht ihr keinen Schaden. Das ist bei mir genauso. Na gut, dann rüber zu. Aber dafür macht ihr aus der... in der Nähe noch... äh, noch mehr. Fuck you. Oh, hallo. Ich passe besser auf, ja. Boah, das ist hart, ey. Das ist echt hart. Wo schießt? Oh Gott. Da. Natürlich. Hab dich, hab dich. Was? Wo? Hölle schießt. Ja, klar. Wie Grashalme werden die Gegner umgemäht. Da noch eine. Da drüben ist noch was. Da. Ich werf gleich jede Menge Granaten. Hab ja nicht mehr so viele. Nur weil du diese Wälder befreitest. So, ich bräuchte unbedingt mal... ...menn ich schon. Und die Zunge bräuchte ich auch mal. Hier hinten ist noch jede Menge. Komm, wir rennen wir zur Reign. Da ist es eigentlich ganz gut für die... für die Nahkampf... Tja, aber... ...wähle ja nix. Bei Gegnern mit Schild... ...regeneriert sich diese ab jetzt... ...schneller als du... So, hier kommen die hier angelaufen. Ich werfe jetzt alles voll Granaten. Wo kommen die angelaufen? Hier, die kommen zu uns. Das ist gerade auch so gewesen. Wow. Geht jetzt ein bisschen unübersichtlich hier, aber scheiß drauf. Habt ihr noch Granaten? Ja. Ja. Weil hier ist gerade so eine... Das ist so eine Horde, da bietet sich das voll an. Ich werde nur immer meinen eigenen Granaten. Das ist voll behindert. Boah, krass. Krass, krass, krass. Ah, das ist sehr gut. Genau, irgendwo. Leben. Ich bräuchte noch Munition. Seh nichts. Die Schwerkraft ist, Redultier. Oh nein, geholt. Cool. Das ist cool. Das ist gut. Da kann man richtig schön von oben auf die Ballern. Wow. Krass. Krass, krass. Man kann aber weniger ausweichen. Alter. Wow. Alter. Das war's. Ja, ich bin weg. Ich bin weg. Krass. Ah, ich war's. Da war's nur noch keiner. Da war's nur noch keiner. Boah, übel. Scheiße. Eingabe-Taste erneut und Dings. Zurück zum Underdome, würde ich sagen. Wir machen erstmal die normale weiter. Ja. Das ist echt krass. Boah, das ist ja... Ja, das ist schon krass. Was haben wir da jetzt gerade für Sachen gekriegt? War da vielleicht irgendwie ein gutes Rifle für die Path? Guck mal. Toll, jetzt darf ich wieder schneiden. Ich hab ein Anführer-Class-Mod gekriegt. Den dropp ich dir mal. Kann der noch? Ja, ein Rifle mit 77 Schaden und Explosionen. Ja, kannst du verhalten. Hat einer einen Sniper gekriegt? Nee. Nee. Ich hab ein Repeat an 107 Schaden, bloß 46 Prozent. Warte mal, wo sind wir reingegangen? In Angelic Ruins. Vielleicht hätten wir in eins erst reingehen sollen. Ja, hier ist eins. Hel-Bur-Bia. Weißt du, das hat da halt was zu tun? Aber sollen wir nicht erstmal doch die Mission weitermachen? Das ist hier ja eher so ein... Spaß-Schießen. Ja, dann können wir eine Story und so. Ja, ich würde sagen, das kann man später nochmal. Oh, da ist ein schönes Rifle im Job. Oh. Komm mal. Ja. Hier oben ist ein Pistolero-Glas-Mod für den Jäger. Nee, ich bleib bei Scharfschützierung. Scharfschützierung, ne? Oh, das ist sehr gut. Auch für das. The Underdome. Na gut, ähm... War jetzt eine Folge... Ja, ein bisschen mehr als eine Folge. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid, ne? Jo. Ah, da müssen wir mindestens Level 33 haben. So ein Fick. Hast du doch fast. Wo bist du eigentlich bei Level... 32. Aber ganz am Anfang. Ach so. Wo waren wir denn überhaupt? Äh, New Haven. New Haven? Okay. New Haven. Ah, so. Neuer Zufluchtsort. Habe ich ja jetzt gelernt, dass das das heißt. Jetzt äh. Nee. �